Hi, ich bin die Julia. Hallo, ich bin der Adi. Und herzlich Willkommen bei Goofy. Goofy steht für die drei Begriffe Gesundheit, Fitness und Erlebnis. Bei Goofy gibt es ganz viele verschiedene Kursformate, als auch freies Training ist bei uns möglich. Wir haben einen wundervollen, spannenden, interaktiven Zirkel, den es so deutschlandweit noch nicht gibt. Zum einen wollen wir natürlich individuelles Training anbieten, spezifisch, auf jeden ausgerichtet, aber was ganz ganz besonders bei uns ist, ist dieser gemeinsame beziehungsweise dieser familiäre Charakter, den wir in unserem Studio erreichen wollen. Wir möchten jeden hier trainieren sehen. Kleinkinder, Senioren, Erwachsene, Teenager. Jeder soll sich hier wohlfühlen und soll gerne ins Goofy kommen. Da haben wir sowohl klassische Formate wie zum Beispiel Step Aerobic und Bauch, Beine, Po, als auch Trendsportarten wie Jumping Fitness und Zumba. Wir möchten eben nicht das reine Fitnessstudio sein, wo jeder für sich alleine ist, sondern wir wollen, dass Familien zu uns kommen und eben in größeren Gruppen zusammen Sport machen und fit bleiben und gesund bleiben. Kommt vorbei, bringt alle eure Freunde mit, eure Geschwister, eure Großeltern, dann probiert es einfach aus, denn Goofy wird richtig Spaß machen.